ja hallo willkommen zurück zu einer hoch wieso sehe ich denn so aus hallo ja nicht wundern das ist der richtige spielstand das ist die nächste folge nach der letzten folge welche nummer das war habe ich vergessen ich habe mich zwischendurch kurz mal umgezogen für irgendwas kleines vielleicht beweis ja keine sorge ich ziehe mich wieder zurück um in meine ritterrüstung in meine ritterrüstung zurück umziehen macht das sinn ich glaube schulden rutsch nein hier rittergamaschen nein rittergamaschen ja und dann hier mein welcher war das der war das genau der ritter schild oder das ist der ritter schilder das der ritter schilder nicht hat okay 4 5 egal das war der dann hier mein leuchtendes schwert oder mein lieblings ding dann die glocke wo sind meine glocken da ist meine glocke na gut das sind glock egal da hatte ich die packe genau ich hole schwer warum wegen der fackel wegen der fackel okay dann obwohl wenn ich immer hier bin 7000 denen habe ich kann nicht mehr weitere dinger knuten der letzte folge der letzte folge waren wir in das wird das da wo deutsche dämonen feuer ziehen eben die hat hier nichts neues okay ok er in der untruten legion ah ok wird das bild hat mich gerade gerät jetzt nee alles gut den ring hammer den ring brauchen wir nicht der macht und 99 prozent keinen sinn äh ja ja ne ok die hat hier nichts ok äh kreirat hast du was für mich äh dingspunkt oder so ja bla 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 nein ja nein nein ok was ist das und zwar ja da oh ah 19 stärk ich hab 18 höh okay ok welcher schild war noch mal zum parieren gedacht also war für ein parier schild Keiner schuld? Ich weiß nicht mehr, egal. Ähm, oder? Egal, jetzt. Goodbye! Yes, yes, goodbye, goodbye. Oh. Gubutama, 29, da reicht. Dann zurück zu den Dämonen. Äh... Nein. Hier? Oder das hier? Äh... Ich glaube, das war hier. Ja, ich weiß nicht, ob man übrigens einen Unterschied merken wird im Gameplay oder in der Aufnahme, aber ich habe ein... Nicht aber, weil ich habe ein... ...kleines... ...update... Weil... Bin ich hier richtig? Ich habe ein kleines Update an meinem Computer stecken. Und zwar habe ich jetzt insgesamt 16 GB Arbeitsspeicher. Yay! Oba. So. Ah ja, hier war der Typ, ne? Ja, genau. Uhu. Hallo. Was? 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 Und, was? Hä? Hä? Was ist denn gerade passiert? Okay. Okay. Oh mein, ich werde mich ja nicht ran. So. Oh, diese Autoanvisierung, ne? Hallo, hallo, hallo. Oh, die Treikugel. Ja, das ist nervig. Ja, das ist nervig. Okay, es sind vier, verdammt. Okay, das macht eine Menge Schaden. Ja, komm. No, 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 no. Ich bin ganz schön krass aus der Form. Okay. Wow. Ich krieg diese... Weg, 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 weg. Das läuft grad nicht so gut. Das läuft grad überhaupt nicht gut. Ach, Mann, oh. Ja, komm her, komm her, du. Nee, 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 nee. Ja, Mann. ja klappt wohl nicht so gut was okay das war blöd das verkauft unnötig ich stelle ich mich dann okay Ich habe noch zwei S-Putze. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist peinlich. Nein, äh, wie wird das? So, genau. Ai, Karamba. So, noch was? Ja, schwierig, was ist hier? Schwierig, was ist da unten? Ich habe da noch die Diener, oder? Oh Gott. Wow. Oh Mann, oh. Äh, ja. Wenn diese Statue da jetzt zum Leben erwacht, ne? Oh Mann, oh. Zeig mal, wie viele seid ihr denn? Ja. Ah. Äh, das ist richtig. Um, hm. Oh Gott, ich... Ach komm, wisst ihr was? Einen habe ich auch schon gegillt. Äh, das muss nicht sein. Au. Äh, da hin? Ich gehe mal da hin. Ach, das ist eine Ratte. Okay, hallo Ratte. Was ist das da? Ich springe mir gleich was an der Decke. Nein, hier ist ein Ratten. Okay. Ratten. Ich komme dir halt nicht mehr eigentlich. Was zur heiligen Hölle? Sag mal, wie tief bin ich mittlerweile? Oha! Bin ich jetzt auf dem Planeten Mustafar oder was? Bin ich dem... ...Planetenkern nahe? Was ist denn das denn? Ach, das ist eine große Mama-Ratte oder Papa-Ratte oder keine Ahnung. Okay. Was ist der Haken? Öh, Hilfe. Kein Haken? Okay. Ah, wieder Ratten. Alles klar. Äh. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, ich finde gerade. Oh, stimmt ja. Ich habe die Truhe vergessen. Was ist das für eine Truhe? Ich habe es vergessen. War das eine normale Truhe? Das war... Ja, das war eine normale Truhe. Oder? Oder? Ja, okay. Cool. Was haben wir da drin? Da, 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 da! Kurze Titanitscherbe. Dreimal. Cool. Okay. Oh. Ah, das ist der Haken. Da oben kommt man runter. In das Rattenloch hier rein. Okay. 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 Nice. So. Dann haben wir da noch. Das war's? Das war's. Okay. Gut. Was macht hier solche Geräusche? Oh, nein. Sag mir nicht. Hier sind diese, diese, diese verflucht. Diese Großaugengröße. Ja, nice. Okay, ihr wisst, was das bedeutet. So. Äh. Buch 38. Genau. totales rätt Faster Dann ist bei der ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! 54 Mundgeruch Hüppst du? Hüppst du nicht? Oh, du bist ein bisschen stärker hab ich gedacht Da waren die schon immer so stark, keine Ahnung Ach du Heilige seid ihr viele Ja weg damit Weg da freundlich No 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 Wie ein weiser man eint sagte Weise und lustiger Mann Oh, loot Nein, ich wolle noch genau rein. Okay. Oh, ho, 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 ein Hochauf die Kleidung. Wie viele Seite drin? Ach du Kacke. Oh, Entschuldigung, ich habe Kakao gesagt. Achso, der ist tot, okay. Da, da. Da ist nichts weiter. Da ist der. Oh, wow. Nice. So, was haben wir hier? Getanid-Schuppe, ja. Au. Au, okay. Eine Abkürzung, die zu diesen großen Augen führt, okay. Liegt an der Decke? Aus den Dingern kommt nichts raus, hoffentlich, okay. Bis vorne das nächste Leuchtfeuer. Oh, hier ist noch ein Gang. Wenn sich jetzt eins dieser Wurzeln bewegt, ne? Bei diesem großen... Unkrautbaum. Boah. Das wird un... Was? Wird der schlechter Florid? Was? Nein, nicht du schon wieder. Nein, nicht der schon wieder. Äh... Oh, oh. Ich hab da Lava gesehen, glaub ich. Ich geh erstmal da oben. Kommt der mir nach? Nein. Okay. Nicht der schon wieder. Aha. Hier haben wir jetzt so einen Moria-Ding. Ein Moria-Ding. Ich hoffe, von hinten kommt kein Ballrock und... Oh, hallo. Ist das gut? Oh, hallo. Oh, hallo. Oh. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, okay. Ich glaub, ich muss den Obi-Wan move. Na gut, ich könnte versuchen, den raus... äh, runter zu... äh, schubsen. Ach, der hat... Och, Mann! An jeder Ecke kommt irgendwas, was einem gefehlt hat. Noch, ja, äh, toll. Na, dann, das war die falsche Taste. Egal. Ah, ich hoffe, da hinten ist ein Leuchtfeuer. Hehehehe. Oh Gott! Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Runter mit ihm! Runter mit ihm! Ja! 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 Oh mein Gott! Ja! 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 Oh mein Gott, beim ersten Mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, wohl! Alter! Oh mein Gott, das war perfekt! Lebo wäre stolz auf mich! Ich habe sogar gebacksteppt! Oh, äh, ja, wohl! Seele eines ermutigten Dritters! Keine Sorge, ich hab, ich hab dich jetzt ermutigt! Oh! Ich hab, das hat er aufgenommen! So, was ist hier? Ne Leiter! Ich hab so ne Leuchtfeuer! Oh, Alter! Ich backstab ja so selten! Okay, warte mal! Wieso kann ich nicht da hochgucken? Na gut, okay, komm! Oh! Jo! Alter, wie geil! Oh, ich freu mich, ich freu mich! So! Hallo, was ist da oben? Ein cooles Detail wäre, wenn er das Schwert beim Hochklettern in die Scheide gesteckt hätte! Alter, wie hoch geht's denn? Ich hoffe, da kommt nicht noch so ein Ritter, ey! Okay! Ich hab echt keine Ahnung, wo ich jetzt hier rauskomme, in ein neues Gebiet oder was? Oh, hallo! Okay! Das ist einfach ne Höhle! Okay! Willkommen bei Sephora's! Höhlenkunde... Okay! Höhlenabkundung und... Oh, nein! Ich hab gerade daran gedacht! Höhlenabkundung und Leiterkunde! Höhlenabkundung und Leiterkunde! Wer schießt denn? ich weiß nicht, muss ich mal spüren. Ach, die Rolling Boys! Ja, oh nein, ich fühlte mich nicht so. Ich habe hier in der Möglichkeit keinen Bock geraten. Doch, Mann, oh. Ja, hä? Dahin geht's nicht in die Zeit, oder? Schon dahin geht's nicht in die Zeit, oder? Ich warte erst mal. Eins, zwei, drei, drei. So, okay. Jawoll. Ah! Heimatknochen, voll mal. Ja, cool. Also, Wurzeln, okay. Das Ding laut, Mann. Geht das nicht auch leider? Oh, bin ich jetzt sicher? Ich bin sicher, okay. Okay. Noch mal Skelette. Ach, ne, bitte keine Armee von Skeletten. Muss ich gleich wieder irgendwo hinren? Löschpfeier wäre schön. Hallo. Guckuck. They see me rolling. Hals ich. Okay. Uhu. Uhu. Hallo. Hallo. Die hat aber keinen löschen den Augen, oder? Nein. Dann warten wir mal ein bisschen. 10, 9, 8, 7, 6, gut, okay, das geht schon. Hey you, hey you, komm mal hier, komm mal hier, hu hu hu. Jawohl, hallo. So. Au, ey, au, ey, warum bitte so funky drauf, Junge. Manu, du hast getroffen, Mann. Okay. Dann kümmere ich mich mal um den letzten, wenn das jetzt kein Hinterhalt hier wird. Mann. Wow. Der hat mich verfehlt, ich hab ihn getroffen und den Stern hat mich. Alles klar. Ähm, ja. Die Zeit für den Zauber. Nein, nein, warum hat er zweimal gedrückt? Nein. Oh, ich wollte einmal drücken und dann hier die Pazifähigkeit aktivieren. Ach, Mannu. Na, okay. Okay. Hallo, was ist euer Haar? Warum seid ihr nur zu zweit? Habt ihr leuchtende Augen oder was? Oh. 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 Oah. Ah. Oh, Mensch, Mannu! Okay. In der Tat schöne Aussicht. Ah. Nein, nein. wohin gehe ich eigentlich die ganze zeit nein nein auch mann nein es sind die leute habe ich bock darauf nicht dahin ich weiß nicht doch mann und da ist die ballista ninja zuerst kommen Du bist doch der Ninja, oder? Was zur Hölle bist du? Du bist der Ninja, alles klar! Nein! Gott bist du stark! Oh Gott das war knapp! Wegrollen, wegrollen! Da lebt ja noch so schön! Das hat ja keinen Schaden gemacht, das Messer schon! Okay! Oh, ich habe einen Falcon bekommen! Fühlen die sich alle 10 Minuten auf oder so? Nein! Nein! Oh schade! Ja! Ja! Jetzt wird gewartet! Hm! Hm! Komm, ich mache nochmal! Geduld ist Dark Souls 3! Wenn du nicht geduldig bist, bist du tot! So! So! Jetzt sind wir glaube ich im toben Winkel! Was zur Hölle? Mach ne Rolle! Du warst der Ninja! Nein! Ich habe mich so blöd angestellt! Was? Oh Mann! Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder von vorne laufen! Und ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt richtig war! Äh... Okay! Hallo! Äh... Ja! Äh... Bis zur nächsten Folge! Ciao!